Hallo, da ist der Görge Stefan, wie man unschwer erkennen kann, in einem Krankenbett angeschlossen an einer Schmerzinfusion. Meine Rückenschmerzen haben sich so dramatisiert, dass eine Operation eigentlich unumgänglich war. Ich bin mit vollen Schmerzen aus Wehl abgereist, bin dann wohl in die Kettenbrücken nach Innsbruck eingeliefert worden und habe mich dann relativ klar und spontan entschlossen, diese Bandscheibe, diese ledierte Bandscheibe, zu beheben mit einer Operation. Und Dr. Gabel und Dr. Koller haben das auch bravourös gemeistert. Ich bin schon wieder auf dem Weg der Besserung. Das heißt, ich habe schon meine ersten Gehversuche hinter mir schmerzfrei und das ist im Vergleich zur letzten Woche schon eine riesen Erleichterung. Ich schmiede schon wieder meine Pläne, wann und wie ich wieder in den Weltklapp zurückkommen werde. Und das wird so in den nächsten Wochen steht Therapie im Vordergrund und vor allem machen wir zuerst eine optimale Heilung. Danke.